Ja, ja, ich baue dir heute ein Haus. Ja, ich baue dir ein Haus. Ja. Kotz mich nicht nur noch an, Alter. Macht der mich aggressiv. Wie kann man so dumm sein? Du hast die ganze Kästle genommen. Bist du doch? Hör auf, hör auf, hör auf. Reparier das. Ja, ja. Was soll da schon Schlimmes passieren? Erweite ist schon da, Leute. Ganz kurz zur Erklärung für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was hier abgeht. Ich habe mit Erweite, wenn ich du wäre, in Craft Attack gespielt. Und ja, ich habe, Gottes Willen, eine Aufgabe angenommen in Craft Attack, die vielleicht nicht so klug gewesen ist. Revi, wenn ich du wäre, würde ich in den nächsten Tagen ein Tag mein Sklave sein. Und du musst alles machen, was ich will. Aufgabe ist Aufgabe. Und ich habe sie dir gestellt und jetzt gehe mit dir auf den Nerven. Ich muss alles machen, was du willst. Alles. Ja, es ist mega. Es ist einfach, also es ist absolut besch... Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da drum herum kommen soll, aber ihr kennt mich, meine Freunde. Eine Aufgabe, die ich annehme, die ziehen wir durch. So ist das halt, Digga. Hallo, schönen guten Tag. Ah, schönen guten Tag. Da ist ja der. Na? So, die Stunde hat er schon angefangen, ne? Deswegen wollen wir doch noch direkt zügig beginnen, würde ich sagen. Sitz, Sitz. Ich mache gerade Sitz in Minecraft. Ich muss aber auch bellen. Das Geile ist nämlich, ich habe nämlich mal, wenn ich du wäre, gesagt, Leute, dass Lukas nämlich auch die ganze Zeit, wenn ich sitze sage, sich wie ein Hund verhalten muss. Ja, feiner Bello. Also erstmal, wo bist du gerade? Ich bin gerade bei meinem Haus, aber ganz kurz, Lukas, bevor wir jetzt hier reingehen. Ich nehme das ja gerade auf, ist ja klar. Ist ja mein Video, ne? Logischerweise. Deshalb würde ich mir jetzt ganz gut überlegen, sag mal, wie du jetzt hier die Aufgaben gestaltest. Du willst ja nicht, dass da meine Community schlecht ist von dir, denk nicht wahr? Weil meine Community mag mich sehr gerne und die will mich natürlich nicht leiden sehen. Fühl mich mal bitte nach Hause. Fühl mich mal zu meinem Grundstück. Ja, das mache ich. Wir gehen hier lang, Lukas, ne? So. Jetzt muss ich hier eine Stunde lang Ja sagen, Craft Attack. Aber jetzt an der Stelle, meine Freunde, was soll da schon Schlimmes passieren, ne? Ganz genau. Fangen wir doch gleich an. Schenke es mal deine Elytra. Ich habe keine mehr dann. Du hast die an. Alter, nett. Ja, die gebe ich dir gerne. Ist ja nicht schlimm. Sitz, 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 Sitz. Ja, feiner Bello. Ab jetzt, Herr Bello. Ja, Herr Bello. Wie dumm, Herr Bello, Alter. Sollte ich irgendwie irgendwas mitbringen an Baumaterialien? Also ich meine, ist da irgendwas gewünscht? Oder? Ne, wir haben gar nichts. Also bring mal wirklich was mit. Wir brauchen erstmal ein Konzept. Du baust mir heute ein Haus, ne? So weit sind wir ja schon. Ja, 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 ich baue dir heute ein Haus. Ja, ich baue dir ein Haus. Ja, ja, ja. Nachdem hier alles kaputt gegangen ist, Letzter. Ja, ja, blöd. Hast du dir da schon so ein grobes Konzept gemacht? Ich kann dir ein richtig schönes, modernes Haus bauen, ja. Okay, das nehme ich, ja. Eine kleine moderne Villa, ne? Ja, die Materialien gehen aber auf deine Kosten dann, ne? Ja, die gehen auf meine Kosten, ja. Ah, das freut mich. Für dein Haus, das ist dann herzunehmen. Ich gehe Materialien bei dir zu Hause holen. Das ist gar kein Problem. Ja, da kannst du dich frei bedienen, ja. Darf ich echt, oder? Ja, da darfst du meine Kisten, alles, ja. Du musst dir alle seine Dias geben. Ich habe nicht, äh... Würdest du das machen? Sitz. 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 Mein Lukas, ich habe dir schon genug gelitten. Ich habe meine Elytra verloren, meinen Bogen, alles schon wegen der letzten Folge. Jetzt entspann dich mal. Also alles ist wirklich übertrieben. Wenn ich jetzt ein Haus habe, ist alles in Ordnung. So, dann komme ich mal, ne, und baue dir ein schönes Haus. Aber dann bauen wir ab hier. Ja. Machen wir erstmal hier die Grundfläche frei, ne? Ja. Wie wäre es eigentlich mit einem kleinen Stundenlohn für mich, dass ich halt hier die ganze Zeit rumstehe? Was? Ja, komm, nach der Arbeit. Was willst du? Nach der Arbeit kriege ich nochmal zwei Dias, würde ich sagen, oder? Ja. Aber ganz wichtig, du brauchst mir hier auch noch eine Ender-Chess gleich hin, ne? Ja, 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 klar, ja, ja. Warte, wie viele Dias hast du gerade? Ja. Wie viele Dias hast du gerade? Das muss ich dir nicht beantworten. Ich muss Ja sagen. Ja. Okay. Wenn du mir nicht antwortest, musst du mir jede Minute eingeben. Ja. Okay. Ja, gut, dann kriege ich aber jetzt jede Minute ein Dias. Ja. Das sind dann 45 Diamanten. Okay. Hier ist schon mal der Infinity Pool. steht soweit schon mal. Ich wollte kein Infinity Pool, ich will ein Haus. Ja, das gehört zum Konzept dazu, du A*****. Nimm das zurück. Ja. Ich zeig dir jetzt, Digga, wie man in einer Stunde das beste Haus der Welt baut. Eine Villa. Wenn das Haus schön ist, kriegst du die Hälfte der Diamanten zurück. Ja. Ja, hallo, du musst auch bedenken, hier muss irgendwo ein Eingang sein, ne? Ja, der kommt. Mein Gott, jetzt lass mich in Ruhe bauen. Ich hab mich auch mal gefragt, also ich würde gerne auch mal mein eigenes Business starten hier, ne? Ja. Sitz. Da bist du ja... Da bist du ja relativ frei aufgestellt. Bist du ein Feini? Ja, Sitz. Bist du ein Feini? Bist du ein Feini-Sitz? Ja, feiner kleiner Scheisskerl. Alter, ich kann legal Rache nehmen. Es ist so nice, Mann. Wer hat Spark danach schreiben, dass ich gezwungen wurde? Du wurdest nicht gezwungen, wurdest du dazu gezwungen? Ah, ne, warte. Ja. Und vergesst die Ender-Chats nicht, da kannst du direkt die Materialien für mitbringen. Ne, ja, ich hol dich später, ja? Ich glaube schon. Holst du die jetzt direkt mit? Ja. Und vergesst mal meine Dias nicht, ne? Wir zahlen ja schon im Voraus. Du kriegst hier richtig eins. Du bist hier einfach ein 1A-Haus gezaubert, Junge. Du weißt gar nicht, was du gerade erhältst, ne? So, die erste Etage vom Haus steht schon fast, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ey, du musst Realtalk richtig und auch schön bauen, ne? Ja, bloß, ich mach das wirklich. Die Treppe sieht übergeil aus, finde ich. Ich fühle das wirklich. Ich hatte das auch mal in meinem Haus so drin. Man muss zwar springen, um die Treppe hochzukommen, aber ich finde das persönlich gesagt, ehrlich, geiler. Das sieht nämlich halt nice aus. Modern halt, ne? Ja, ja, ja. Gib mal kurz deine Schaufel unten für Dirt abzubauen. Ja. Boah, das Haus sieht wirklich nicht schlecht aus, ne? Ja. Krass. Gib mal meine Elytra, bitte. Ja. Hier, Drop. Ja. Wo ist meine Elytra? Habe ich die gerade da unten hingelegt? Die ist schon bewusst, dass wenn ich... Das war keine Elytra. Wo ist sie? Ich habe dir die hingelegt. Ich habe die gerade wirklich gedroppt. Wo ist sie? Ich habe sie die gerade gedroppt. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Wenn du sie nicht findest, dann kann ich da nichts für. Sie ist nicht hier. Ja, sie lag am Boden. Ja, dann guck doch jetzt, wo sie ist. Ich schaue doch gerade. Sie ist hier nirgendwo. What the f... Ich habe sie ja auch nicht mehr im Inventar. Ich habe sie dir gedroppt. Was soll ich machen? Revi. Was soll ich machen? Ich habe sie dir gedroppt. Wo standest du? Wo standest du? Oben. Ja, hier. Ja, richtig. Und ich habe sie dir runter gedroppt. Was willst du von mir? Ja, aber du hast mich hier reingedroppt, oder nicht? Hier? Nein. Ja, hier. Hier lag was, Digga. Hier unten, du dämlicher Vollidiot. Hier unten. Meine Fresse. Gib sie her. Boah, Digga. Braucht mehr Quarz. Ich muss die Elytra nochmal haben. Oder du holst selber was bei Pogquarz. Ja, wo kann ich es da holen? Das ist eine Kiste direkt. Ich brauche Smooth Quarz. Kostet das was? Nee. Ach ja. Ja. Nein, kostet nichts. Fliege mal schnell rein da. Wo genau? Bei deinem Dom irgendwo, oder? Ja. Wo denn? Da oben. Das ist einfach so anstrengend. Wir könnten einfach eine chillige Runde. Wo? Mann, oben. Oben bei der Kaserne, du A... Kotz mich nicht nur noch an, Alter. Nebenbei. Wo ist die Kaserne? Boah, Digga. Ja, ich helfe dir jetzt nicht mehr. Dann frag deinen Chat. Nee, sag jetzt wo. Oben hinter dem großen weißen Tor. Rechts davon. Da ist eine Kiste. Da ist Quarz drin. Das Tor, was du gebaut hast? Ja. 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 Macht der mich aggressiv? Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so blöde sein mit dieser Idiot? Wirklich. Digga, wo soll ich wissen, wo deine Kisten stehen? Das sind nicht mal meine Sachen, die da drin sind. Das ist einfach Diebstahl, was du gerade machst. Ganz normal, diese Quarzblock, ne? Nein. Oder Quarzsäule. Quarz. Quarz. Smooth Quarz. Smooth. Quarzsäule? Nein. Quarz. Normaler Quarz. Kotzgesicht. Glatter Quarzblock. Ja, genau das. Dass der wohl glatt smooth heißt im Englischen, hättest du dir wohl denken können, du Idiot. Mein Gott, Alter. Hä? Nee, das ist glatter. Smooth heißt glatt. Komm mal her, ob das das richtig jetzt ist. Gib es mir einfach. Ja, hier, hier, hier. Ein Stack. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Ist einfach falsch. Ja, ist falsch. Ist falsch. Ist alles falsch. Ist alles falsch. Das ist alles falsch. Nein, nein. Junge, du hast die ganze Kiste genommen. Hör auf, hör auf, hör auf. Junge. Hör auf. Ja. Gebi. Du hast die ganze Kiste genommen, du dreckiger. Hör mich. Wasser. Hör auf, hör auf. Du hast einfach das Falsche gemacht. Wie kann man so dumm sein? Junge, es war nichts anderes mehr drin, du Scheiße. Gib mir smooth Quarz. Gib mir den sch... glatten Quarz. Gib ihn mir. Ich laufe in dieses neue Gebäude. Warum sehe ich im Keller mein Skin die ganze Zeit irgendwo über so einen brennenden Feuer? Ja. Was hier? Ja, Digga, ich bin so genervt gerade. Ich bin so full-end triggert, Junge. Und es ist ein Creeper, Lukas. Der musste mal leider killen. Also, wenn ich meinen Bogen noch hätte, ne? Zwei Creeper. Du musst weg, du musst weg, du musst weg. Hinter dir ist noch einer, Revi. Reparier das. Reparier es sofort. Reparier es sofort. Ich kann nicht. Ich habe keinen Platz im Inventar. Du musst die Kiste... Repariere es. Ich baue das Haus... Ich muss das Haus fertig bauen. Sonst, die kennen alle Items. Pack es einfach in die Kiste. Es ist sinnvoller, wenn ich es weiterbaue. Ich sage es, wie es ist. Lukas, du denkst aber auch, dass das... Ach, egal. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Sag es, sag es, sag es. Nein, 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 nein. Gut, Revi, bitte lauf ab jetzt los zu Hogwarts und tropp mir noch alle Materialien unten rein, die Scheiben und so. Nein, what the fuck, als ob ich jetzt hier nicht weiterbaue. Doch, Revi, machen wir das jetzt? Hä? Ja, lass mich doch schnell weitermachen. Der Amboss wartet. Bau hier oben wenigstens, ganz kurz wenigstens, gottverdammt nochmal, sch*** Dinger hin, man, damit hier keine sch*** Mobs spawnen. Fackeln. Gib mir mal kurz die Dias, ne? Hier unten ist ja die Enderchest. Ja, Sekunde, lass mich kurz... Lass mich jetzt hier einfach noch schnell fertig machen. Du kannst mich noch hinrichten. Lass es mich wenigstens... Wirst du mir, dass ich die Dias kriege? Ja. So, und jetzt die Dias, bitte. Setz oben jetzt erstmal Fackeln, ich dreh sonst durch. Ja, okay, die Dias, die Dias, jetzt die Dias, die Dias, die Dias. Fackeln setzen. Ich setze die. Guck mal, Laternen gehen aus Haus. Ja, das war, ab du dem hast gesagt, das waren es 45. Ja. So, warte. Los. Nein, hierhin troppen, hierhin troppen, Revi. Liegen da unten. Und ab zu Hogwarts. Oder weißt du was? Komm einfach her, komm her. Ich bin gerade schon am Weg zu Hogwarts. Ja? Ja. Du verarschst mich, wo bist du? Sag sofort, wo du bist. Du musst online kommen. Digga, mein Game ist gecrashed. Ja, dann starte das Spiel einfach neu. Alt F4, der Boss. Alt F4. Weißt du genau, dass du doch hier bist. Was soll das? Ich bin doch auf dem Weg. Junge. Sorry, aber das ist ein Auftragsskill vom Basti zockt. Ich muss es umsetzen. Er hat mich bezahlt. Ich muss es tun. Warum stirbst du denn nicht? Hallo? Nein. Na, komm her. Nee, ich will nicht. Ich will nicht kämpfen. Ich komme in Frieden. Was kommst du? Ich sterbe. Was kommst du? Ja. Das war in der letzten Sekunde. Ja, Lukas. Was soll ich sagen? Du hast noch eine Minute. Komm her und lass dich umbringen. Ja. Komm her. Komm her. 4, 3, 2, 1 und 17 Uhr. Ciao. Leute, das war es für dieses wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein dickes Loser-Anne-Weib. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.